Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge The Forest. Bei mir ist wie immer der Ben. Hallo. Servus Ben. Sag schon Moin, bevor ich Hallo sag. Lass mal die Hände so oben. Deine Hände klünen total. Was ist denn da los? Ja, ich bin E.T. und E.T. muss nach Hause telefonieren. Ja, guck mal, guck mal. Lass mich schon mal da hinstellen. Noll, du klühst auch übelst. Was denn? Ja, ich glaube, weil da die Sonne so durchscheint. Egal. Die erwärmt deine Fingerspitzen. Au! Ich muss stechen. Okay, was machen wir denn heute? Wir sind ja wieder zurückgekommen heute aus der Höhle. Aus dieser mega brutalen Todeshöhle. Ja, das war echt krass. In der ich ziemlich oft gestorben bin. Viel zu oft. Ja, ich gehe jetzt auf Distanz. Ich mache jetzt einen auf Distanzkämpfer. Ja. Und ich benutze die Katapulte. Vielleicht kommt ja mal einer vorbei. Ist der eine da oben später? Der ist auch schon fertig. Ja, genau, genau, genau. Ja. Mega geil. Aber wir wollten, dass diese... Höhlen leider. Ich hätte fast gesagt, dass wir die Wasserbasis fertig bauen. Was? Alter, du bist so oft trocken. Ne, wahr. Wollen wir weiterbauen, weil es wird gerade dunkel? Ja. Könnten wir mal direkt runtergehen, die Leute, die wir uns nicht gesehen haben. Können wir uns eben mal direkt zeigen, was wir da so gebaut haben. Ich hoffe halt wirklich, dass es nicht verpackt ist. Oder dass wir den Bug eher nicht rausgenommen haben. Ja, können wir ja mal gucken. Boah! Kommst du? Ja, ich habe gerade das Kanickel abgestochen mit dem Speer. Aua. Macht das sowas nicht? Ja. Aha, wie soll ich jetzt so? Da ist aber nichts drin. Kommst du? Ja, wo gehst denn du hin, Juni? Ja, ich habe schon die durchgegangen. Ich habe doch die Fähne schon wieder aus. Ja, dann geh mir nach. Ich folge dir unauffällig. Du kannst mir auch auffällig folgen. Ne, sonst haben wir gleich wieder hier so einen mutanter Marsch. Ja. Pesser als wir mal reden. Ja. Also ja, diese moderne Achse ist echt ein bisschen langsam, ne? Es geht. Also, da geht es runter. Jetzt probiere ich als allererstes mal, dass ich ein Holz mitnehme. Nicht, dass du das gefixt hast. Null. Zack. 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 Aber wie schnell? Ja, ich habe halt auch mit Kohlfänzen. Ja, trotzdem. Das ist natürlich eine gute Frage, ob das mit der modernen Achse schneller geht, wie mit der sehr komischen Holzachse. Wir können es ja mal probieren. Ja, eigentlich fast realistisch, ne? Und, geht es? Ja. Ich glaube, wir müssen unten auch wieder dieses große Feuer aufbauen. Und den Eingeborenen killen. Echt, ist der da? Ich glaube fast. Oder? Ich sehe ihn zwar nicht. Das Feuer ist sogar da. Wir müssen es nur anzünden. Cool. Ja, dann lass mal hinten die Tür. Ich brauche die Tür fertig da hinten. Also, das ist übrigens unsere schöne Unterwasserbasis. Die Tür war doch schon mal fertig. Hier hörte das Wasserplätschern. Weil die Tür war doch eigentlich fertig. Genauso wie hier die Tür schon fertig war. Aber es ist sehr angenehm. Ah ja, weißt du auch warum? Weil es dich rausgeraht hat, oder? Genau. Das war ja die eine Folge, wo ich gespeichert wurde. Es wäre halt cool. Oh, hier sind Laptops, gell? Ich habe, glaube ich, gerade ein Baby gehört. Es wäre halt echt cool, sage ich mal, wenn wir das ganze Zeug hier irgendwie wegtun könnten. Oder zumindest mal auf einen Haufen schieben, dass es irgendwie weg ist. Ja, ich glaube, ich kann es rumschieben hier. Ja, schieben kann ich es auch. Ah, du hast noch einen Lacktopp. Aber man kann es eben nicht anlangen. Also ich greife da jedes Mal durch die Stürde durch. Das geht gar nicht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Dann gehen wir mal hoch und holen die nächsten Stämme, oder? Ja, ich glaube, ich habe aber schon wieder Mutanten gehört. Vielleicht habe ich ihn auch noch eingebildet. Kann sein, aber... Egal. Schauen wir einfach mal, oder? Ja, wir probieren es jetzt, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, das stimmt. Auch mal die Dings. Die Taschenlampe. Die Taschenlampe. Ich lasse es jetzt aus zum Klettern. Brauche ich es ja nicht. Bist so klug. Ja, ich bin draußen. Und es ist... Boah. Und schock mich doch nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Wir sind da. Nee, du nicht. Zwei so Hirsche kommen aus dem Wald. Du hast Rehe. Okay, wir nehmen jetzt zwei gleich dicke Bäume, ja? Du nimmst den hier. Und ich nimm den hier. Warte mal, ich will das Ausdauer hochbringen. Okay. Okay. Drei, zwei, eins, los. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, zwölf Schläge. Drei, zehn, vierzehn, fünftzehn, sechzehn. Achtung, der kommt auf dich zu. Okay, also. Tada. Du hast mir vorhin erzählt, wie wir offline waren. Ja. Dass du hier so ein Steinding ausrumbauen willst, ne? Ja, das wäre doch cool, oder? So eine kleine Mauer. Schon, wir können doch sehen. Boah, er klettert wieder hoch. Man stellt sich das an. Huiii. So. Ach ja, genau. Wir müssen ja nicht ganz runter. Genau, ist mir auch gerade eingefallen. Hahaha. Boah, ich hab schon wieder übelst hungry hier. Ich hab hier voll die... Ah! Wir haben Besuch. Da oben. Ja. Warte mal, ich brauch die moderne Axt. Schraub dir auch die moderne Axt. Was? Nehmen wir hier die Vader-Frau. Die hauen schon ab. Die haben, ich glaub, die haben genug. Doch nicht. Aua, aua, aua. Der registriert mich gar nicht. Oh. Da ist er. Hier. Bleib doch einfach fliegen, Junge. Ja, mach's uns doch nicht so schwer. Hey, da hat man ja Kinderregel dabei. Cool. Das ist dieses Chicory. Ich glaub, das ist Chicory. So. So, da haben wir ein Holz hier. Oh Gott. Was denn? Ich hacke mich doch nicht, Bambi. Ja, das ist schlimm mit den Rehen, gell. Ja. So. Ich hacke jetzt einfach mal so vor mich hin, gell. Ja, ja, mach mal. Ja, ja, ja. Okay, 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 okay. Das geht nicht. Sehr schön. Was denn? Haben wir das auch mal geklappt? Da ist einer, da ist einer. Häuptling. Häuptling, Plattfuß. Nee, Häuptling. Häuptling, Arme auf dem Buckel. Aua, 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 aua. Du. 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 Nur weil ich dein Land klau, musst du mich nicht töten, ja? Wie die Indianer hier, ne? Unfassbar. Ja, so. Ich bin die Indianer. Aber ich bin schon wieder voll am Sack, hey. Ich bin wieder am Start. Ich bin der Riegel reinballern. Der eine ist gerade montiert, während sie noch klebt hat, gell? Was ist denn montiert? Da kommen schon wieder die nächsten. Oh, schau mal. Eine ganze Ladung. Achtung, der eine hat Tennisquelle. Oh, der hat den Baum angezündet. Komm mal her, komm zu mir, komm zu mir. Ich bin crazy gerade. Oh, der ist echt ein Baum angezündet. Ich hab gar nicht mehr so was gekriegt. Aua. Aua. Da holt der einen. Die sind voll verrückt, die Jungs. Der kommt der nächste. Der ist der Feuerteufel. Aber es ist wenigstens schön hell hier. Da war er jetzt. So. Hey, wie viele Einwohner hat diese Insel eigentlich? Keine Ahnung. Ich glaub, die pflanzen sich stetig fort. Ist der gerade umgekippt, der Baum abgebrannt ist? Ich glaub's. Oder hast du dem gefällt? Ich hab nix gefällt. Also hier brennt nur noch das Feuer in der Luft. Hier ist noch jemand. Ja, da, hier. Loll. Ich hab sie geblendet mit meiner Taschenlampe. Jetzt steh doch nicht wieder auf hier. Bleib einfach fliegen, ja? Oh, Alter. Was? Okay. Ja, weil wir beide reingekloppt haben. Also was ich noch gerade immer erzählen wollte. Man muss erst ein Stückchen in die Höhle reinklettern, dass man die droppen kann. Weil, wie ich's gesagt habe, weil wir da in der letzten Folge waren, dass die wieder nach oben rausploppen. Ja. Wenn man zu weit am Oberen Ende ist. Das ist blöd. Boah. Geil. Das ist blöd. Geil. Komm mal ran hier. Wo? Hier hoch zu mir. Ja, ich komme. Was denn? Und zwar, pass auf. Den spreng ich hier. Oh Gott. Da geht alles in die Luft. Wow. Jetzt haben wir ein bisschen Material, ey. Da geht ordentlich was, ey. Ab und zu mal ein bisschen umgucken wegen Mutanten, ne? Ja, aber einen hören wir ja. Was, einen hören wir? Ja, den anderen, die hörst du ja. Ja, aber die andere, die macht keine Geräusche, die andere. Die hörst du so tippen. Ja, so ganz wenig macht sie. Ja, das hört sich an wie ein Hase manchmal. Ja, und die zischelt wie eine Schlange, finde ich. Ja. Eine falsche Schlange, wie sie ist. Naja. Falscher Hase. Hahaha. Ah, wir haben doch jetzt die gesamte Dorfbevölkerung von dem großen Dorf hier gekillt, oder? Ja, mindestens. Lass mal, lass mal schauen. Bleib mal hier oben, bitte. Ja. Alter, der klettert immer raus. Ich will mal sehen, ob das funktioniert mit dem Droppen. Achtung, ich dropp mal. Boah, das liegt hier oben raus. Echt, oder? Ja. Okay. So, jetzt darf ich schon mal runter. So, und jetzt sagen wir schon, wenn das Licht aus, oder? Nein, es brennt noch. So. Ich gehe hier die ganze Zeit zum Musik, wenn ich da runtersteige. Das ist so nervig. Hier schon wieder einer. Ja. Wo ist eigentlich meine Waffe, Mann? Keine Ahnung. Wo sind sie? Weil das hört sich an, als wenn so ein Troll lacht, wenn ich aus der Hülle kraxel. Ja, wo sind die? Ich höre sie lachen, aber ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Da, hier. Hier. Ah, ja, da unten. Wuhu. Ich muss mal schnell zum Lager, ich habe Hunger. Da ist ja noch einer von denen. Wer kommt von mir? Ich muss zum Lager, ich verhungere hier gerade. Hast du keinen Snickers? Nein. Dann komm, ich gebe dir eins. Ja, aber eins reicht nicht, Junge. Ja, ich habe doch mehrere. Ich habe wieder Snickerboy. Snickerboy. Was sind da? Was sind die Fitchi? Equip. Geh du. Oh, you are the greatest. War das nur eins oder waren es mehrere? Ich habe drei drauf. Das waren zwei. Okay. Und der Wäsche. Ja, Mann. Und trotzdem schön, wenn es wieder Tag wird. Außerdem könnten wir, wenn es hell wird, die mal alle stapeln, weil die fangen sonst an zu stinken. Dann zimt man sie einmal an und dann ist es gut. Ich sehe gar keine Baumstämmen mehr. Da ist eine. Da sind dann die. Hallo. Aber die könnten es echt mal fixen, dass man immer diese dumme Flugzeug-Axt hier hat. Ich glaube, die wissen gar nichts davon. Ne. Da oben ist alles voll mit Baumstämmen, gell? Ja, fast. Ist das Loch gefahren gerade. Das läuft doch mal, oder? Das ist schon mal. Oh, mein Taschenl am ist leer. Wäre schlimm, dass wir das Handfeuerzeugen haben. Hä? So. So. Mann, ey. Das ist so schlimm mit dem Hochkletter. Da ist schon wieder einer hier. Ja, jetzt kletter ich gerade runter. Jetzt musst du... Hier sieht das an, wenn du den da schmetzelst. Ja, klar. Ohne Gnade. Du bist denn... Ja, den Akustik-Hall habe ich da so. Da oben sind wir noch welche, gell? Verdammt, ich habe das Baumhändische gerichtet. Oh. Ist ja viel cooler, wenn wir das so ins Loch reinschmeißen können doch. Ja, das wäre halt schon wesentlich besser. Aber ich bin schon froh, dass es noch geht. Weil ich dachte echt, nach dem letzten Update haben sie das eventuell gefixt oder so. Dann wäre da so diese halbfertige Basis unten drin. Ja, das ist ja blöd gewesen. Alter, der Kratzler. Wo ist denn noch Baumstämmer? Da ist schon wieder eine. Ist das verrückt? Irgendwo beim heiligen Baum oben waren wir. Alter. Ja, ich komme ja nicht runter in das Drecksloch. Hilf mir mal. Hilf mir, die hauen auf mich ein. Ja, aber ich hänge an dem Loch. Ja, ich komme. Der Kack ist immer raus. Jetzt bin ich im Loch. Super toll. Ich auch. Lass mal runtergehen, jetzt. Verarbeiten des Holz. Also der muss ziemlich Hornhaut an den Fingern haben, ne? Ich finde diesen Bug so lästig. Das ist so schlimm. Haben wir hinten schon eine Tür gebaut? Ja, die hast du vielleicht am Anfang gebaut. Die Treppe will ich erst bauen hier hinten. Weißt du? Soll ich hinten runtergehen kann. Was ist denn du für ein Zeugs? Ich wollte da nicht drüber springen. Ach so. Der Gang. So. Aber ich denke, das ist ein ganz guter Rückzugsort hier. Hier? Hier kommt keiner rein. Raus. Was? Eins noch. Ich habe gesagt, hier kommt, oder du hast gesagt, hier kommt keiner rein. Und ich habe gesagt, um keiner raus. Oh ja. Was ist denn da auch richtig? Alter, die Bug ist doch eigentlich geil, die Bug. Ja, doch. Aber ein Dach hätte ich schon noch gern. Ein Flachdach reicht ja. Ja, ich mache da so ein Beta unter den Typ hier. Der tropft dich dann ab und zu mal voll. Super. Das kitzelt dann nachts in der Nase ein bisschen. Da links ist noch eins. Hier. Da. Ah ja. Der war, ne? Warte noch. Bitte? So, jetzt entkommst du mir nicht mehr. So, ich mache noch ein bisschen Medizin. Ich schau mal wegen Blueprints. Wegen, äh, dem ganzen Flachling-Zeugs hier. Ich kann immer nur acht Medizin bauen, ne? Ja, ja, ich auch. Jetzt will ich mal schnell wegen diesen Custom Roof. Das hat mich letztes Mal so aufgeregt. Das würde ich jetzt ganz gerne nochmal ausprobieren. Custom Roof kannst du, glaube ich, erst bauen, wenn, wenn, äh, wenn die Wände stehen, oder? Stimmt, ja, 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 ja. Ja, dann lass uns die mal fertig fahren. Aber wie gesagt, der Typ hängt auf jeden Fall drin, ne? Ja. So, zumindest die Arme. Kann man da so'n Lusch reinschmeißen, oder was? Ich hab den Hasen grad reingeschmissen, aber der ist weg. Ich dachte, der verdampft hat die Inzen. Den hat's voll verheizt. Ja, da vorne war noch ein Lumberbush gesehen vorhin. Die ist noch nicht fertig. Wir bräuchten fast noch hier so'n Lagerfeuer, um das Essen zu grillen hier unten. Oder wirst du den Drying Rack aufstellen? Boah, könnten wir auch machen. Die fallen da die ganze Zeit Stein aus der Hosenzeit, ne? Ja, ich hab die grad aufgeturben. Au. Das war schlecht. Ich zeig dir mal, wie man das macht, ja? Pass auf, so macht man den Laptop kaputt. Wie? Wissen du? Hinter dir. Geh doch mal weg. Halt, ich hab daneben gekaut. So geht das. Ich hab nichts gesehen, bei mir hast du in die Luft gestochen. Warte mal, dann machen wir's anders da, ähm, 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 siehst du den Laptop hier? Ja, der ist aber kaputt schon bei mir. So. Lol, da ist, da ist ein Holzdingens. Ja, das hast du gebaut. Echt? Oder ich. Weiß nicht mehr. Warte mal, ich, ich, ich setz jetzt hier mal so ein Drying Rack. Okay. Mach das doch hier, wer die Lampe. Nee, warte mal. Nee. Ist auch geordnet. Das ist auch chill. So. So? Ja. Oh, das sieht doch gut aus. Ah. Ah, an dir scheitert's halt, wie der Rest. Weißt du, es fehlen noch zwei, äh, drei Stöcke und du hast einen Stock in der Hand und wer brauchst du ja nicht. Au. Au. Aua. Hey, ich mach Sushi aus dir, ey. Hey, da ist ein Stock. Ich geh, ich geh. Hey, da ist ein Stock. Hä? Warte mal. Hey, da sind keine. Ich glaub. Warte, ich krieg, glaub ich, die Stöcke zusammen, die ich brauch. So, warte mal. Ich bin keine Stöcke hier. Warte. Da ist noch ein Laptop. Also, ich geh schon mal hoch, ne? Ein Stock fehlt noch, weißt du? Ein einziger. Ich stell mir schon mal den Mut an. Ja. Ich glaub, ich komm auf. Du schaffst das alleine, eh nicht. Ja, ich weiß. Ich hab keine Ausdauer. Ich mein, dir geht's ja noch, wenn ich sterbe, ne? Früher haben wir uns da drüber immer voll aufgeregt, ne? Ja. Wenn ich gestorben bin, aber eigentlich ist es eigentlich gar nicht schlimm. Obwohl mich eigentlich mal interessieren würde... Oh, da steht schon einer, siehst du? Hallo. Wenn wir beide sterben. Was passiert, wenn ich sterbe und Ben dann auch stirbt? Das wär, keine Ahnung. Dann ist es vorbei. Oder wir kommen in irgendeine Höhle rein, müssen wir noch mal raus und kriegen noch eine zweite Chance, so wie im Single-Beyer, halt. Naja, jetzt glaub ich nicht, dass das passiert. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, nachts gesagt. Knoll, da liegt noch viel Holz hier. Na gut, so mal. Oh, lol. Das war das Sprengholz von mir. Also ich glaub, ich glaub, dass heute wieder Mutantenparty ist. Keine Ahnung. Ich kann mir das vorstellen, irgendwie. Ich muss immer ein bisschen lauschen, ne? Ja, aber es ist immer was los hier. Dieses Getipsel da, das... Denken wir davon, wie ich bin, Frau. Ja, die ist halt echt am schlimmsten, weil die kommt einfach aus dem Wald rausgerauscht. Ja. Oh, diesen Baum schon mitten im Schelsen. Du spreist ihre Haxen auf Paarungsbereitschaft und dann geht's ab. Nein, nein, nein! Komm runter, ich bin tot, komm runter! Schnell! Ich hab nichts gedrückt. Der hat einfach losgelassen. Wee! Hallo! Ach, Gott, ey. Ja, komm, wenn wir schon unten sind, wir bauch das gleich hier. Ich hab grad ein Babyquetschen gehabt. Ja, das wäre erstaunt hier unten irgendwie. Ich eigentlich nie. Echt nicht? Ne? Ist schlecht. Was heißt? Ja, was heißt das? Entweder bist du paranoid oder ich... Alter, wieso hast du hier grad einen Tisch reingeschoben? Ich hab da nichts reingeschoben. Doch, mein Tisch. Was? Hier in die Bude rein oder was? Ja, ich hab den grad hier raus. Siehst du den nicht? Ne. Hier, liegt der. Du, du, du. Du träumst schon. Ja, ja. Aber nicht. Zuschauer sehen auch. Ja, ja. Die träumen aber nicht. Warte mal, was ich noch ausprobieren wollte, ist mit diesen Pflegern? Boah, meine Leben sind ja nicht gefuckt. Ich muss ja erst noch... Also man kann diese, diese Flä... Ach, da... Ne, lol. Na klar. Was, dann steckt der die Dinger da rein oder was? Das hätte sich ja auch mal auffallen können. Guck mal. Das ist extra das Symbol von diesen Pflegern. Ich hab mir gedacht, das wären so Leuchttakien, so Bengalos oder sowas, wo du in der Hand hältst. Oh. Okay. Aber da ist extra so ein Symbol dran für die Flä. Okay, cool. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Jetzt willst du mal wieder was gelernt. Ah, wenn wir schon rausklettern, dann mach dich mal mit Stickys voll, Junge. Yo. Das 8-9 Uhrzeit, was du mal draufguckt. Ja, ja, 24. Okay. Na, machen wir noch 5 Minuten, ne? Yo. Das sieht so bescheuert aus. Bei mir schlägst du einfach in der Luft rum. Jeden ist so. Ich glaube, das sind zu viele, ne? Tja. Ich mach mir gerade mal meine Axt besitzen, ne? Okay. Ups. Oh, mir ist gerade das Herz stehen geblieben. Warum? Ja, weil er wieder hochgeklettert ist, aber er hatte kein Seil in der Hand. Jetzt dachte ich, den haut's wieder runter. Ich hab gehört, du hast mich gesehen. Achso, nee, da passiert schon lange nichts mehr. Tote Hosen. Naja. Da regt sich bei mir gar nichts mehr, wenn ich dich sehe. Das Einzige, ich muss ab und zu den Würgereiz unterdrücken. Lol, wie der Baum, der heilige Baum da rumflattert im Wind. Ja klar, wir haben alle Bäume aus so einem Feld, da kommt jetzt richtig der Wind rein hier. Also ich hab mir jetzt mal Federn an meine moderne Axt geklatscht. Okay. Bringt das was? Ja, die Hautwärts sind schneller zu, ne? Okay. Ähm. Habs gehört. Ja. Ein Einzelner bisher. Kommt noch nie allein, die Jungs. Ja, das ist ja das. Ach nee, das ist nur so ein... So ein Scout, oder was das ist? Was hast du dir da erzählt? Diese Typen, wo sie gebückt laufen, sind Hungernde, oder was? Ja, die Nackten, die wo sie total zöre sind, sind ausgehungerte Kannibalen. Die Okaiden oder die CDs haben nur in der Hand. Boah! Au! What the fuck? Au, au, au. Der kam aus dem Wald raus. Und die anderen, das sind auch Kannibalen. Lott, komm mal da. Lott. Was ist los mit euch? Das sind, wie gesagt, das sind auch Kannibalen, aber keine Verhungernden. Okay. Auf den heiligen Baum kommt man nicht hoch, ne? Nee. Nee. Das wäre halt geil, wenn man den fällen könnte. Fällen nicht, aber ich könnte ihn einbauen. Zubauen, dass sie nicht mehr hinkommen. Ja. Ich glaube, da ist die Achterbahn. Oh, ja. Einfach mal alle heiligen Orte auf der Insel zubauen, dass sie nicht mehr hinkommen. Nein, 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 nein. Fällst du? Nee, nee. Schade. Ich wollte nur den Baumsturm aufheben, dann hat er sich hier direkt ans Seil geklammert schon wieder. Okay. Dann war ich noch in einem Video gesehen ab, ist, dass diese Zelluliten-Schenkel anscheinend auf der Insel rumläuft. Okay. Aber das muss dann anscheinend noch länger dauern, weil ich sehe den nie. Der war noch nie bei uns. Ja, ich habe mich auch immer gesehen. Ich weiß nicht, wie lange der jetzt braucht, bis der kommt oder überhaupt. Aber das ist ja das Einfachste von den Einfachen, ne? Ja, aber ich habe auch schon Videos gesehen, da ist der richtig abgegangen. Der hat die voll aufgeräumte Typen. Okay. Hm, vielleicht haben wir die Steiger gemacht oder so. Keine Ahnung. Ja, aber man darf... Nee, das war bevor wir ihn überhaupt getroffen haben, habe ich das Video gesehen. Okay. Oh, hier ist ein Druck. Ja, ich bin unten. Ich baue gerade die Holzstämme ein. Schön, dass du nicht alleine lässt hier. Ja, mache ich gern. Ciao. Warte mal, ich muss mal eben... Auch wenn es total eckig ist... Ich hänge mal einen Haxen da ran, weil ich Hunger habe. So ein Fuß? Oder was? Ja. Eigentlich ist so ein Fuß wie ein Cordon Bleu. Da ist ja auch Käse drin. Pfui. Das ist quasi ein Cordon Fuß. Noll, uns fehlt ein Holz. Ein Holz, weißt du? Guck, ist hoch. Ich baue schon mal an die Skaterlamps hin. In jede Ecke baue ich ein, oder? Ja. Der ist echt so ein einziges Holzfeld jetzt. Also ich baue hier eins und... Ich baue hier eine hin und ich baue hier eine hin. Warte mal. Hast du noch einen Snickers für mich? Ja, klar. Ja, dann lass mal rüberwachsen. Ich habe schon wieder Hunger. Du hast gerade gegessen. Nein. Quatsch, meine Witze. Ich könnte mal die Koffer aufbrechen. Der Leib Christi. Amen. Amen. Ich brech mal hinten die Koffer auf. Uah! Was? Alter. Ja, komm mal einfach das Haus drauf und renn mal hinten bei der Tür raus. Oh, Alter. Alter. Ah, bin ich erschrocken. Hey, da ist ein Schokoriegel dran. Gib mir denn bitte. Noch ein Schokoriegel. Nee, hast du gut gern an. Ja. Das heißt, du hast das nächste Mal auch da, wenn du wieder von mir was essen willst. Boah, jetzt komm, du hast doch genügen, wie hast du gesagt. Ja, hab ich auch. Vorher noch, ich habe so viele Schokoriegel. Oh, ich komme hier nicht rein. Ah, jetzt muss ich auch so springen. Ja, das hast du so schlecht gebaut. Ja, sorry. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt. Genau. Sobald ich das Seil hochgeklettert bin. Wieso? Ja, nett, dass es mich wieder runterhaut, während du auf dem Desktop rumerierst. Und, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Uuua! Ja, der ist dann schön, der ist da oben. Ja, ich kraxel hoch, dann steht der direkt vor mir und gapft mich an. Warte mal, ich muss den noch schnell kriegen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ja. Oder schreibt einen Kommi oder sowas. Genau. Ihr wisst ja Bescheid, wie das läuft. Und, äh, ja. Ich würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, bis dahin. Macht's gut, ciao. Ciao.